... beim Lehrpersonal total wichtig ist und auch bei allen Mitarbeitenden in der Volkshochschule, selber die Erfahrungen zu machen. Ich glaube, man kann sich ganz schwer Virtualität, digitalen Lehrangeboten auf der theoretischen Ebene nähern. Also ich spiele theoretisch einmal von Anfang bis Ende alles durch und gehe im Kopf schon mal alle Fehler und dann mache ich das perfekt in der Praxis. Ich glaube, es ist wirklich absolut essentiell, selber mal einen Kunden zu machen, selber einen Online-Kurs zu machen, mal sich in ein Webinar zu setzen, einfach auch um zu wissen, wie fühlt sich das als lernende Person an und ich muss mich da eintauchen. Im Blog hatte ich ja das Beispiel genannt, Fahrlehrer müssen auch selber Auto fahren können. Das geht einfach nicht anders und ich glaube, da dürfen wir nicht nur bei den Lehrkräften ansetzen, das müssen einfach alle im Fachbereich genauso verstehen wie die Lehrkräfte und es muss bis hinauf in die Leitungsebene einfach ein Verständnis und ein Erfahrungswert dafür da sein, dass da auch diese Hemmschwelle gesenkt wird. Applaus